Willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Knallharte Fakten über das Let's Playen. Mit dem Video möchte ich bezwecken, dass sich der eine oder der andere doch über seinen Kanal ein bisschen so seine Gedanken macht, denn man kann so einiges über den Charakter der Personen anhand ihrer Videos sehen. Und deswegen denke ich, ist es an der Zeit, dass man noch wirklich einige Sachen klipp und klar auf den Tisch haut. Und deswegen beginnen wir schon gleich mit dem ersten Punkt. Viele Let's Player haben den Traum entwickelt, bloß durch das Durchspielen von verschiedenen Spielen Geld zu verdienen. Aber wie sieht es wirklich aus? Ich habe mich natürlich für euch informiert und kann euch sagen, dass das weder von heute auf morgen noch jemals wirklich passieren wird. Denn um von seinem Hobby auf YouTube leben zu können, müsste man mindestens 100.000 Aufrufe pro Tag aufweisen. Selbst für die Aufnahme bei Netzwerken, die sich mit Spielen befassen, benötigt man um die 500 bis 1000 Aufrufe pro Tag. Und warum ich hier wieder von Netzwerken spreche, ist klar, denn nur diese besitzen alle nötigen Lizenzen für alle Spiele. Hierbei möchte ich aber dennoch betonen, dass hierbei keine einfache Erlaubnis von den Publishern reicht, sondern eine Lizenz, um an deren Werken Geld verdienen zu können. Wer also auf eigene Faust nur mit einer Erlaubnis für das alleinige Let's Playen monetarisiert, spielt hierbei mit dem Feuer und der Löschung seines eigenen Kanals, spätestens bei der Abrechnung der Einnahmen von YouTube. Wie ihr also schon merken könnt, spielt auch hier der rechtliche Aspekt eine wichtige Rolle. Und um in ein Netzwerk aufgenommen zu werden, muss man natürlich so einiges drauf haben. Und hier wären wir schon beim nächsten Punkt. Und zwar, was viele vergessen oder nicht wahrhaben wollen, ist, dass das Let's Playen sich sehr wohl von einem normalen Durchspiel in privater Natur unterscheidet. Es interessiert überhaupt keinen, dass man Skill hat oder dass man das neueste Spiel besitzt, wenn man dies nicht ordentlich und amüsant kommentieren kann. Let's Playen bedeutet also Unterhaltung und Moderation. Und leider eignet sich nicht jeder für einen Moderator, was auf gar keinen Fall eine Schande ist, sondern einfach eine falsche Wahl des Hobbys ist. Man muss auch dafür also Talent und Leidenschaft haben. Und hier kommen wir zum weiteren Punkt, und zwar zu der falschen Auswahl der ganzen Spiele. Ich glaube, es ist kaum zu übersehen, dass es mittlerweile schon Millionen Videos von beispielsweise Minecraft gibt und die Leute trotzdem mit Minecraft immer ihr ganzes LP-Projekt starten. Dabei kann man diese Videos so oder so von selber auf YouTube nicht finden. Man müsste schon den ganzen Namen plus Kanalnamen in der Suche schreiben, um auf eure Videos überhaupt dann zu stoßen. Dasselbe gilt auch für Videos bzw. für Spiele, bei denen es nur um Shooter geht. Im Prinzip interessiert es keinen mehr, denn zu einem normalen Shooter kann man leider nicht viel kommentieren. Die besten Spiele sind also für das Let's Playen immer nur Spiele, die eine konstante Storyline haben und nicht mehr als 9-10 Stunden Spieldauer aufweisen. Das nächste, was vielen auch auffällt, ist, dass sich die Leute immer große YouTuber als Vorbilder nehmen. Jedoch scheitert das schon an der mangelnden Ausrüstung für das ganze Let's Play-Projekt. Viele besitzen einfach viel zu schwache Computer bzw. PCs, um überhaupt Spiele aufnehmen zu können, geschweige denn Videos überhaupt bearbeiten zu können. Auch hier muss man sich also klar sein, dass man mit HD-Formaten arbeitet und dementsprechend auch leistungsstarke PCs braucht. Doch nicht nur das, man muss noch viel Zeit haben, um auch die Videos bearbeiten zu können. Warum, glaubt ihr, sehen die Videos bei Gronkh oder PewDiePie so gut aus? Die werden stundenlang bearbeitet. Doch die meisten haben dafür einfach keine Lust und viel zu große Erwartungen, um sich längerfristig mit Let's Plays zu beschäftigen. Und deswegen kommt es sehr, sehr oft vor, dass Kanäle nach ein bis drei Monaten wieder geschlossen werden. Was aber ebenfalls noch hinzukommt, ist, dass die meisten beginnen, ihre Vorbilder nachzumachen. In Sachen Kommentierung, Begrüßung als auch Videoverarbeitung. Doch auch das wird nicht den gewünschten Effekt bringen, denn diese Personen gibt es schon und diese kann man auch nicht so einfach nachmachen. Womit aber jedoch die meisten ein Problem haben, ist mit dem Promoten ihrer eigenen Kanäle. Und zwar geht es hierbei um das Kommentieren von verschiedenen anderen Videos mit konstruktiver Kritik. Meistens scheitert es einfach daran, dass die Leute keine Lust haben, Kommentare zu schreiben. Ja, die Wahrheit sieht so aus, dass das jedoch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und nicht viele eben die Lust haben, Stunden dabei zu verbringen, Kommentare zu schreiben. Jedoch, wie soll man die Leute dann auf YouTube überhaupt finden? In diesen wenigen Minuten wurden also nun einige Tatsachen und Voraussetzungen besprochen, die überhaupt die Basis für Let's Play Kanäle bilden. Netzwerke wollen sicher gehen, dass sie nur talentierte Member aufnehmen, die die nötige Ausdauer besitzen. Jedoch ist dies auch kein Hindernis für alle, die ihr Ziel mit ihrem Talent verfolgen. Und da man bei YouTube auch viele Kontakte knüpfen kann, wird man auch von anderen YouTubern dabei unterstützt. Wenn euch dieses Video also gefallen hat, dann könnt ihr mich dabei unterstützen, indem ihr es in eure Favoritenliste hinzufügt oder wenn ihr mir einfach einen Daumen nach oben gebt. Wenn euch zu diesem Thema aber noch etwas einfallen sollte, dann schreibt mir dies auch in die Kommentare. Bis dahin verabschiede ich mich und wir sehen uns in einem anderen Video von mir oder in einem Let's Play. Bis dahin verabschiede ich mich.